Weiter geht's mit dem Gamescom Vorproduzierungshype. Die Gamescom ist heute Samstag. Gamescom ist Samstag. Und ja, ich weiß gerade nicht, wo ich bin. Vermutlich hänge ich gerade bei irgendeinem Internet-Warteschlang bei der Gamescom. 16 Uhr vielleicht. Könnte sein. So schmö... Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier hin und verkaufen das besagte Buch an den Verlag. Sehr schön. Wie weit ist man da mit ihrer Kurzgeschichte noch nicht so weit? Schade, schade. Gut, was haben die Kinder? Die Kinder geht's... Also, ihr geht's schon mal gar nicht gut. Dann wäre es doch schön. Wenn du für mich mal kurz... Einmal Madame Stinkefuß entbaden mit Badezusetzungs. Heureka! Neues Serum. Cool, jo. Also einmal baden, danach was essen. Denn Herbie hier schon was fertig gebaut hat. Oh ja. Herbie hat hier schon was Schönes gemacht. Macht's aber anders. Wir schieben das erstmal hier rüber. Und da darfst du sie dann rausnehmen. Guck mal, öffnen. Dann hast du hier ganz lecker Schmecker Mandelmakronen. Wow. Und die Fertigbronies hier, die schieben wir wieder rein. Was soll das denn? Aha. Herbert, Herbert, Schmerbert. So. Kinderchen, Kinderchen. Ihr möchtet auch gerne eine Mandelmakrone. Guck mal, da ist doch hier... Ne, du nimmst den Fertigbrauny. Und du, Kollege, schnüffelst du dringend ins Bett. Ohne Fertigbrauny. Du willst nur noch ganz kurz hier mal eine Runde Blickblock spielen und danach ins Bettchen hüpfen. Ich glaube, du willst danach... Luke, du hüpfst auch ins Bett. Komm, hüpf in dein Bett. Okay. Fräulein, Gesichtsmaske, Sozialenergie. Komm, geh schlafen. Passt schon. Oh, jetzt ist es ganz kokett von dem Blubberbläschen. Da. Rosenduft. Ich habe für sie doch gar keinen Freund. Ich muss hier mal einen Freund besorgen. Geht doch nicht. Kein Freund für sie. Ich brauche eine neue Romanze. Ich habe auch gerade... Ich könnte Darth Maul. Ey, das ist ein bisschen strange. Das wäre ein bisschen sehr strange. Ab oder? Oder. Oder. Nee, das wäre ein bisschen strange. Oder. Oder. Na, oder. Ich weiß es nicht. Hier glüht gerade die Sonne so wunderschön rot in mein Zimmer rein. Ja, es ist gerade irgendwie 9 Uhr abends und so. Ich habe noch nicht gepackt für die Gamescom. Was jetzt super intelligent ist. Ja, absolut. Äh, Herbie hat Chevy Chase und Chips im Weg. Der kann gerade... Nee, er isst gerade Chevy Chase und Chips. Äh, lecker Chevy Chase und Chips. Super. Oh, und Herbie muss die Chevy Chase... Muss die Chevy Chase dann wegbringen. Äh, erstes Buch für Andrea. Ach, du geile Maus, du. Ich mag dich. Komm mal her. Verkauf dein erstes Buch. Ach, da, feurige Fiktion. Frauen in der Menopause oder irgendwie sowas. Alles ernten danach nochmal. Und Blinkable 1. Blinkable 2. Also, wie wird... Ist das Ding noch nicht umwerfend? Ist das Ding schon... Ist das noch nicht makellos? Perfekt. Pilz. Gut. Äh, je, 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 je. Gibt's doch nicht, gibt's doch nicht so. Hä? Er trainiert ihn noch und kanalysiert seine Gegner. Neues Element. Xenotrepi. Das war nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen Firaxium. Madame, bitte mach mir ein Firaxium. Das wird, das wird ich begrüßen. Hat du hier schon was? Ach, die findet ja direkt diese Elemente. Äh, kein Firaxium. Schmanker, ja. Schmanker hier, Schmanker da. Xenotrepium dort. Wieso ist das Xenotrepium nicht da? Hatte ich das da nicht hingestellt? Ich erinnere mich ganz grob. Hab ich dich gespeichert letztes Mal? Das wäre jetzt doof. Keine Ahnung. Ich weiß es gerade selber nicht. Gut. Äh, Hunger hat die Dame. Das ändern wir doch gleich mal. Guck mal hier. Der Herbie, der hat hier schon was Schönes gekocht. Wir schieben dir das frittierte Gemüse mal hier rein. Und dann darfst du eben jenes essen. Vielleicht das hier finden. Oder willst du Chevy Chase mit Chips? Ne, du willst das frittierte Gemüse, hab ich gehört. Okay. Und ihr vertreibt sein Buch. Schnupp. Oh, bescheinigt habt ihr. Torka. Okay, Torka möchte gerne hier Chevy Chase mit Chips essen. Wo ist es? Da. Und Herbie hat seine Freunde Müllerin fertig und Torka aufs Bett, äh, aufs Bad, ins Bad. So. So, das Bärchen hier darf man Feierabend machen. Ist jetzt gut gewesen. Ab ins Bett mit dir. Hopp. Es geht ohne Essen ins Bett. Essen gibt es erst danach. Ja, ist klar. Gut. Ist ein braves Bärchen gewesen. Für dich gibt es kein Essen. Ist irgendwie unlogisch. Kiste nehmen. Äh, Kiste nehmen? Ne. Glymmerin hat sie gefunden. Und Schule. Oh, Schule. Oh, scheiße. Oh, oh. Schab ein Problem. Schab Schule. Schab Scheiße gebaut. Da will da auch noch was. Hier. Du willst dich auch noch weiterentwickeln, ne? Du umwerfendes Pilzgewächs. Komm, entwickle dich weiter. So, was bist du jetzt? Nachdem du umwerfend warst, bist du jetzt... Immer noch umwerfend. Jetzt erst. Jetzt bist du makellos. Okay. Schmakellos, makellos. Hier, Gartenpflege, bitte. Würde ich sehr begrüßen. Und danach auf die Toilette gehen. Oh, oh, oh. Verwenden. Herbert Schmörbert. Oh, sozial im Eimer. Oh, Spielspiele. Blickblock. Was macht Mutti? Mutti ist immer noch da unten. Komm. Hör mal auf damit. Hol dir was zu essen. Äh, Sophie. Es wäre unglaublich nett, wenn du dir noch kurz dein Buch einpacken würdest. Dich packen wir mal weg. Komm, ab in den Müll mit dir. Müll. Müll und Milomatiko. Ah, ich sagte Milomatiko. So. Oh, der Müll. Audio. Äh, bitte Müll. Müll leeren. Bitte, danke. Und das Ding hier aufräumen. Wäre nett. So. Oh, Andrea, was ist los mit dir? Du musst drehen auf die Toilette. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. So, wann musst du jetzt eigentlich hier... Haben die Kinder eigentlich Urlaub verfügbar? 5 Minuten. 8 Tage. Pause. Du machst erst mal Urlaub. Komm her. Äh, äh, äh. Urlaubstag nehmen. Wie gerne hätte ich damals in der Schule Urlaub gemacht. Wir noch mal hallo. Urlaubstag nehmen. Und Madame hier Urlaubstag nehmen. Heute machen sie alle Urlaub. Genauso wie Herbie Urlaubstag nimmt. Und du nimmst auch einen Urlaubstag. Ich bin der Urlaubstag. Ich bin der Urlaubstag bis jetzt mal weg. Zwei Stunden hier. So, weg damit. Madame hier nimmt auch Urlaub. Schön. Lass mal aufhören damit. Und der Audio der Rookie. Der Rookie Boy. Äh, Urlaub nehmen. So, denn ich habe etwas vor. Ich habe einen Plan. Einen teuflischen Plan. Oh, ho, ho, ho. So teuflisch ist der gar nicht. Erstmal darf der Herbie da aufhören. Der ist jetzt gut drauf. Geh mal zu deiner Frau, Herbie. Und red mal mit ihr. Guck mal. Wie wäre es, wenn du noch mal über Gourmetspeisen redest mal. Vielleicht neue Erfindungen beschreiben. Kennenlernen. Lern mir deine Frau mal. Oh, die beiden haben sie Liebende. Oh, die haben sich lange nicht mehr miteinander unterhalten. Eieieiei. Herbie Schmerbie, was soll das? Setz dich zu ihr. Dann wird alles gut. Wer rennt da rum? Hi. Okay, er. Ah, er muss nach draußen rennen, um die Arbeit abzusehen. Ja, Tag Urlaub genommen. Perfekt. Wieso müssen die alle nach draußen gehen im Urlaub zu nehmen? Verstehe ich irgendwie nicht. So. Ah, 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 ah. Du darfst hier nochmal kurz. Guck dir da, guck dir dort, guck dir denn. Dann Gericht nehmen. Madame hier. Redet gerade mal mit dem Herbie. Perfekt. Die Kinderchen. Können wir miteinander reden, oder? Guck mal hier. Da einmal aufwecken. Das ist jetzt fies. Christian, auch einen Tag Urlaub. Irgendwo läuft noch ein Fernseher. Da läuft noch ein Fernseher. Ausschalten, bitte. Das muss ja nicht sein, ne? So, Kinderchen. Wie sieht's aus? Ihr könnt jetzt eigentlich mal... Grundschule besuchen. Nix da. Genauso wenig. Und du hier auch nicht. Gott, ihr dürft jetzt alle mal aufhören hier. Ihr dürft jetzt alle mal... Tschau sagen zur Schule. Was ist los mit dir? Du wolltest hier Schule Feierabend sagen. Hier, sag mal hier. Äh, äh, äh. Ich wollte hier... Hallo, ich wollte Urlaub nehmen. Sag mal. Ey. Ey. Äh, ich wollte Urlaub. Äh? Was sollt... Na gut. Ihr geht jetzt alle zur Schule. Dann geh halt zur Schule. Komm. Grundschule besuchen. Ich wollte sie eigentlich größer machen. Das hat dann ja wohl nicht funktioniert, ne? Mann, Mann, Mann. Hier geht zur Oberschule. Was soll's denn? Ich kann's nicht ändern. Die anderen haben jetzt einen Urlaub. Und machen hier Party hart und... Beziehungsweise schlafhart. Ach ja, Madame, du hast dein Buch vergessen. Nur mal so als Tipp. Gibt's doch nicht, ey. Ja. Alle Einsatzschüler hier. Genauso. Oh, Geld bekommen. Und zwar ordentlich. Ja, nett. Doch, doch, doch. Kann man machen. Da. Und sie hat auch nicht mehr Geld bekommen. Geil. Coolio. Okay. Die beiden unterhalten sich ganz fleißig. Sie möchte gerne schlafen gehen. Guck mal hier. Mach mal Nachti. Und der Audio möchte auch schlafen gehen. Hier. Da. Schlafen. Jetzt kann ich mich eigentlich nur noch um die beiden kümmern hier. Guck mal. Also, liebes... Wollt ihr beide vielleicht nur eure Liebe mal so ein bisschen... Vielleicht nochmal flirten. Würde ich mal so sagen. Und früllen Platt vorschlagen. Vielleicht nur über... Wangen küssen wäre gut. Händchen halten wäre super. Ständchen bringen kann man auch mal machen. Also, jetzt ist hier Liebe angesagt, ne? Was erzählst du da gerade für die Geschichte? Plauder sein, sie dann plaudern. Okay. So, ihr beiden. Jetzt erfrischt mal eure Liebe auf. Das Bärchen und das Schlucki. Oh. Das ist ja genial. So, ein bisschen Knoll. Jetzt reden sie doch kurz. Kusshauchen. Warum nicht mal? Tech-Rectle in Sauna. Macht man doch mal unter Bärchen und so, ne? Guck mal. Oh. Oh. Mann, 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 Mann. Sie beiden hier, die sind ja voll dabei. Ach ja. Ich schlender wahrscheinlich gerade über die Gamescom. Und bin da gerade ziemlich glücklich. Ich habe gerade den Plan gar nicht im Kopf. Ich habe auf jeden Fall durchgeplant, welches Spiel ich mir das ansehe. Ich hoffe ja, dass sie von Sims 4 eine neue Erweiterung zahlt. Also eine richtige Erweiterung. So ein richtiger, nicht ein Gameplay-Pack, sondern so eine richtige, richtige Erweiterung. So wie an die Arbeit. Ich hoffe, dass sie da was ankündigen. Und ich hoffe auch, dass da was anspielbar ist. Das wäre doch mal echt eine Maßnahme. So, ihr beiden. Jetzt wird es hier steamy. Oh, Baby. Oh, Baby, Baby, Baby. Tiefe Bindung mit ihm so zeigt. Oh, ja. Oh, das macht ihm gerade Spaß. Ihr macht das richtig Spaß. Ja, hat schon Spaß im Ende. Sinnlicher Ausdruck, stellt sich das jetzt. Oh. Dampf, Orgasm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Heiß und Schweiß, oh ja. Gott, ich würde sagen, du darfst dich jetzt mal kalt abduschen, um das hier zu feiern. Oh Gott, oh Gott. Wie wäre es, wenn du ihr gleich nochmal eine Massage gibst? Guck mal. Du kriegst sie zum Entspannen anleiten. Nein, du darfst jetzt hier erstmal Massage anbieten. Und zwar eine schwedische Massage bei deiner Frau, bitte. Darfst du eben anbieten. Sobald sie mit dem Duschen fertig ist, sie sich mal abgekühlt hat, gibt es eine kleine Massage. Oh, angenehmer Dampf. Oh Gott, sieht er geil aus. Er sieht so geil aus. Komm, gehen wir raus da. Raus aus der Rizona. Bevor du mir dann auch irgendwie zusammenklappst. So, Madame, du dürftest mal rausgehen. Wo willst du hin? Hä? Was? Ach, du setzt dich mal kurz. Oder gehst einfach mal aus dem Raum raus. Okay. Gott, du wolltest jetzt gerne deiner Frau hier eine schwedische Massage anbieten. Und dich bitten soll anbieten, hatte ich gesagt. Aromatherapie, Passage, Lavendelaromatherapie bei Chrissy. So, jetzt bieten wir ihr nochmal eine Massage an. Dann gibt es hier eine schöne Massage für die gute Chrissy. Natürlich möchte ich eine Massage. Was denkst du denn? Herbie, was denkst du denn von mir? Ich freue mich doch, von dir passiert zu werden. Schwupp, da kommt das hübsche Kleidchen an. Schwarz. Sie denkt an seine Hände. Und noch mehr Schwarz. Ne, das ist ja geil. Das sieht so geil aus. Oh, 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 oh. Berührt in der Brüste. Eine wunderschöne Massage von ihrem Herbie-Bärchen. Da möchte ich eigentlich gar nicht stören. Da möchte ich gar nicht reinreden. Hallo. Ich bin ausgelöst, wenn wir wieder massiert werden. Ich hatte mal im Urlaub so eine Fango-Packung. Ey, das war so übelst warm. Und danach dann eine Massage. Ey, ist das geil gewesen. So, da wird mal kurz eingerenkt. Und nochmal noch mehr Schmerz. Die Hälfte geht daneben. Ist aber egal. Aha. Aha. Ja, eine Brust berührt. Er will mich. Könnte sein. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Weil das hier die beiden so rumturteln. Turtel-urteln, wollte ich schon fast sagen. Meine Güte, ey. Hörbi-Schmerbi, du bist voll on fire. Aber so kann man den Urlaub genießen, oder? Ich glaube, so kann man den Urlaub aushalten als Chrissy. So hier mit Massage und so. Warum nicht? Gut, ich würde aber sagen, Chrissy... Ah, Chrissy ist schon... Ja, die ist schon... Ist der Rücken rot? Jetzt ist es erst mit Klamotten aus. Okay, du darfst hier vielleicht nochmal kurz meditieren. Das wäre ganz cool. Oh, sie ist ja richtig gut drauf. Und währenddessen... Was macht denn der Audio-Eventer? Sie darf hier mal eine Runde romantisches Sandelholz hier anzünden. Hat er sich gerade gewünscht. Perfekt. Oh, Gott, oh, Gott, oh, das ist ja geil. Aroma einatmen. Atmen wir mal das Aroma ein hier. Oh, Yamala. Jetzt ist er noch kokette als vorher. Oh, um Gottes Willen. Okay. Äh, wie wär's, wenn du hier mal die Übung machst? Und zwar Gehirndoping. Dope, doping fürs Gehirn. Nicht für die Haaren. So, das Bärchen macht wieder den Tanzbär. No, 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 no. Okay, Mutti, wie lange brauchst du noch? Um hier mit Wellness voranzukommen. Level 6 bist du aktuell. Du könntest jetzt mal schweben, oder? Schweb doch mal für mich. Schweb für mich. Irgendwie. Ja, da geht das Schweben los. Oh, oh, oh. Das fand ich gut. Das fand ich gut. Komm nochmal. Du schaffst das nochmal. Komm schon. Du schaffst das. Ich glaub an dich, Chrissy. Tu es. Tu es für mich. Na los. Komm schon. Chrissy. Anscheinend will sie gerade nicht. Das ist jetzt blöd. Na gut. Ich würde aber sagen, wir machen jetzt eine kleine Pause. Dann sehen wir uns schon in der nächsten Folge wieder. Bye. Let's play the Sims 4. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehrfach in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.